Ich grüße euch Freunde aus Antitos und willkommen zurück zu Dead by Daylight und ein neues Challenge Time Video. Wir sind immer noch in der Challenge gegen Manian. Heute kam das neue Update. Und alle Spieler irgendwie so... Aber nun gut, darum soll es nicht gehen. Wir springen direkt in eine Runde, also bis gleich. Und da sind wir schon auf dem Saloon. Nachdem das Update bei gefühlt jedem DVD-Spieler einmal das ganze Spiel zerhackt hat. Ja, danke dafür also. Habt ihr mich erst wieder alles hergestellt? Ich hoffe, ich habe wieder alles hergestellt. So wie ich es... ...kenne. Ja, wo seid ihr denn? Ich hoffe wirklich, dass alles wieder so funktioniert, wie ich es gewohnt bin. Ich hätte echt kotzen können, ne? Als ich den Patch geladen habe und der hat mir einfach alles zerkloppt. Na, Fang? Wo ist die hin? Ich lube mich hier selber. Die ist gar nicht mehr da. Ich habe die Fang verloren. Die ist verletzt. Tell me more. Oh, der wird geboomt. Hallo. Hallo. Hallo, wo rennt der hin? Wo ist der? Ich sehe nichts. Hier ist der. Hallo. Alter, was ist denn los? Warum verliere ich die Leute so schnell aus den Augen? Bin ich dumm? Kann es sein, dass du dumm bist oder so, Kemra? Oh, stimmt. Du bist... Okay, oder auch. Teleport. Neues Perk. Hört, zuerst gehört bei Kemra. So. Rückwärtsgang. Haken. Sehr schön. Genauso will ich das. Und... Er macht mal die Palette kaputt. Er hackt da einfach nur so einmal drauf. Hier tue ich mal gegen Tollern. Ah. Guck mal, die arbeiten gleich an zwei Generatoren. Das ist ja... Interessant. Hello. Oh, das ist die Fang. Die habe ich eben verloren. Okay. Ich war nicht mal in der Nähe. Spiel. Hallo. Hallo, Fang. Schön, dass du da bist. Finde ich sehr gut. So, komm mal hier ran. Ja gut, ich spiele übrigens mit Geißelhaken. Richtig oldschool. Und... Ich dachte, der Generator wäre am Schuppern. Ist er aber nicht gewesen. Hallo, Vittorio. Bist du nicht? Bist ein David, ne? Ja, Vittorio hat jetzt einen neuen Skin gekriegt. Und der... So, wieder Bullshit. Ja. Und der hat jetzt... Und der hat jetzt... Ja, ja. Ich schwöre es dir, Alter. So. Hallo. Ja, und der hat jetzt... Oder ist es auch shirtless? Unterwegs. Hast du Balanced Landing? Joa, doch nicht. Irgendwie so war es... Es war schon cringy. Hit! Ah, perfekt. Ah, der war... Der war gut. War ein guter Hit. Er will einfach zwei Paletten so nebeneinander. So richtig close. Aber wie er mich faket, ne? Wo will er hin? Alter, was ist denn das vorhin? Es war einfach der... Ja, war ja einfach der Dingens. Ne, der... Äh, ihr wisst schon. Der Typ halt. Hallo. Ja, du hast Sprint, das weiß ich. Entschuldigung, du hast Teleport. Okay. Na. Wir waren da halt auch zu zweit da, ne? Deswegen. Haha, ne Fang. Hello. Oh, na. Für die gute Palette Fang. Palette ist wirklich gut. So. Hat sie hier. Palette hat sie hier. Oh, okay. Oh, sie will das Spiel spielen. Hallo. Wieso ist mein Skirt Shooks so beschissen verteilt schon wieder? Da ist das Perk schon genervt worden. Und eigentlich richtig useless. Und dann sind die Geistelhaken trotzdem so bescheiden verteilt. So, kickt mal den Generator. Der wird gerettet. Gerettet, tt, 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 tt. Gerettet, tt, tt, tt. Hello. Oh, okay. Sprintboost. Und Ravid stand ja irgendwie so ein bisschen AFK. Na. Oh, schade. Aber jetzt. Zack, weg. Na, flashlight save, I guess. So. Die kommt jetzt an, Skirt Shook. Ich weiß, die ist tot. Aber die Skirt Shooks sind sowieso jetzt irgendwie eklig. Oder nicht mehr so eklig, tatsächlich. Oh. Oh. Da ist keiner. Aber hätte ja sein können. So. Der geht auch zurück. Sehr schön. Palette weg. Läuft ganz gut mit dem Ridder. Na, wo könnten jetzt noch Survivor sein? Hier im Schrank. Nö, ne? Wo könnten Survivor Rhinos sein? Hier hinten. Jetzt doch hier hinten. Ne. Da hinten ist absolut nichts los. Ist auch nichts los. Ah, da hinten. Lol. Was soll denn hier hinten sein? Der AFK-David. Der AFK-David. So, dann. Nehmen wir den AFK-David mal mit. Und weg mit ihm. Aha. Jetzt doch da anderen sehen, oder was? Open wir, äh, open wir this door. Ah, da hat sich gerade ein Vogel. Ja, da schubert der Jen. Joho. Das war ein hoher Preis. Den du jetzt dafür bezahlt hast. Für den Jen. David hat sich sterben lassen. Was ist das für eine Runde hier schon wieder? Was? Das ist für eine Runde. Hat der doch hier aufgeschrien. Warum hat mein Guardian die nicht... Hallo? Guardian? Ja, er lässt sich jetzt auch sterben, oder was? Ey, die hat doch da aufgeschrien. Da ist sie jetzt schon. Oh, wir nehmen noch die Palette weg. Hat sie noch Zeit zu retten? Ich will sie nicht retten. Was ist die denn? Alter. Da, okay. Lol. So, also... David war AFK, ich glaube, wir lassen die Hedgechen kommen, oder? Ja, würde ich sagen... Ich würde sagen, Hedge. Perfekt. Sehr schön. Ja, gut, wir hatten einen AFKler dabei, ne? Kann man halt nichts machen. Nehme ich halt so mit, ne? So, ein Pip, und dann würde ich sagen, nächste Runde, und let's go. Ne, und die zweite Ritterrunde auf dem Gruben. Spach. Äh, Lobby war voll, SWF, Dingenskirchen, ihr... Ach, ihr wisst das doch, Leute, ihr kennt doch, wie es jetzt läuft eben. Hatten wir die AFKler, und die Leute, die nicht wissen, was sie machen. Und jetzt kriegen wir die Hardcore-Schwitzer. Okay, ich hab da den Typen auch, dem... Herr Vittorio ist das. Mit Sprintboost. Paletten. Okay, nicht mit Sprintboost. Aber er schenkt mir offensichtlich Paletten. Muss hier aufmachen. Und dann wolltet er zurück. Zack. Na, ist er abgedreht? Ja. Er ist ein bisschen abgedreht. Bisher arbeitet noch keiner zusammen irgendwo. Äh, die Paletten nehm ich. Sehr schön. Ja. Oh. Schöne Drehung. Schön angetäuscht. Und, bam, mein Camp verloren. Erster Gen geht hoch hinter mir. Interessant auch. Hat der alleine durchgezogen. Der kommt mir scheiße vor. Nee. Ah, da hatten wir mal... Uneinigkeit dabei. Und dann... Passiert nichts. Hallo, Renédo. Renédo, die Tomato. Zack. Sehr schön. Du kommst hier oben auf den Hügel. Aber wie... Ich hab das... Also, Geißelhaken war schon vorher lost. Aber das ist ja noch viel schlimmer jetzt, ne? Ich hab hier hinten nur einen beim Schacht. Und die anderen drei sind auf der anderen Seite. Und wen haben wir hier? Oh, Vittorio. So sieht man sich wieder. Bam. So sieht man sich wieder. Du bist sogar in der Nähe für einen Skirchhook. Komm on. Sehr schön. Und es trifft wieder die Nia. Hallo. Ich glaub, den Typen einfach mal hinterher dem Kicken hier. Und jetzt krieg ich sie down. Wab. Alter. Schön, dass Claymore innen rücken. Und dann geht es an den Haken. So. Mensch. Läuft ja gar nicht mal so bad. Muss man ja mal sagen. Läuft nicht so bad. Hier ist keiner. Ist da bitte gerettet? Da wird schon wieder gerettet. Da hier ist noch einer. Das ist halt Pech, ne? Kommt. Soll ich die nur sluggen, oder? Oh. Die hat mich für ich 60 getäuscht. Okay, jetzt hänge ich sie auf Meine Maus hing fest Schön, schön, dass ich gefehlt habe Weil meine Maus an meiner Tastatur Fest hing gerade Ja, habe ich mir fast gedacht, dass sie das Fenster spielt Ja, komm, ich platt lasse die jetzt weg So, jetzt habe ich dich Mit, komm Ich habe hier einen Scorchuk Aber der Vittorio war da eben dran Die Mec habe ich noch gar nicht gesehen Ändert sich ja offensichtlich jetzt Als ob die saß eben hier noch close dran Keine Kratzspuren hier Die kann nur weggegangen sein Und sie rennt in meinen Minion Ist das jetzt Tunnel, Leute? Jetzt hätte es umgelaufen für sie, ne? Tja, dann Good luck next game Ja, ich muss Einen Wettkampf gewinnen Und wieder keine Kratzspuren Kann doch nicht sein Da hat ja einer wirklich Teleport als Fähigkeit, ne? Aha Ja, so Wo laufe ich jetzt hin? Ey, Leute Das kann doch gar nicht sein Das kann nicht sein Aha Die Mec, die alle Stave-Playerinnen, ne? Mit Sprintboost Hallo Alla komplett schwarz angezogen Denkst du hier, wir sind bei Metal Gear Solid oder was? Alla komplett schwarze Kleidung Ich weiß, dass du keinen der Tat hast Das wurde nämlich genervt jetzt Das wurde genervt Und Scut Shoken So Wen haben wir hier? Gar keinen Eins, zwei Habt ihr den neuen Ritterskin gesehen? Der ist ja auch ziemlich edel, ne? Also der Ritter Hat schon coole Skins Da kommt ja einer Angestappt hier Der hinten geht ein Jen an Diesen Kratzspuren Haben nur einer angelaufen gerade Da Ja, hier, Alter Was sind das die für Leute? Hallo Na, hier nimmt das Fenster Achtung So Mec, ich mit Von den Kollegen hier hinten Fehlt auch ein Hit So Und da läuft der jetzt in eine tote Zone Alle Paletten nämlich schon down Gibt's ja gar nicht Nämlich auch riesig Sieht meine Ich müsste meine Tastatur umstellen So Tastatur mal ein bisschen hier hin Dankeschön Braucht mehr Platz mit der Maus Musst du richtig rotieren können So Damit bist du raus Vitorio, ne? Ich denke du bist down Denke ich da richtig? Yes So und die waren eben hier hinten noch zugange Die werden ja wohl nicht So und so wie ich die jetzt kenne Hier ist Blut Hallo Vitorio Du bist Renato Nicht Vitorio Das sind so viele Toos Leute hier Die auf To enden Das geht gar nicht Renato Vitorio Mecco Also Absolut Nicht Nicht gut So wenn ich jetzt Mech wäre Wo wäre ich dann? Absolut nicht hier Okay Ich hab gesehen Hier ist jemand Da guckt euch die Mech an Alter Was ist mit dir Mech? Alter Die glaubt wirklich Wir sind hier in einem Stealth Game, ne? Oh, hallo Hello Am Stein hängen geblieben Das ist ja ärgerlich Ei, 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 ei Das ist echt Dominik Die halt einfach weg Die Leute, ne? Als Ritter Sehr schön Manian Siehst du das hier? Siehst du mein Ritterplay? So Also wenn ich jetzt Renato wäre Wo wäre ich denn dann? Ich schicke mal einen Minion da Hier so auf den Weg Er kommt halt einfach angelaufen Aber er konnte rechtzeitig abhaken Und bam So ich will das Video jetzt auch nicht weiter in die Länge ziehen Ja wenn einer Also wenn einer rauskommt Dann ist es nicht schlimm Vielleicht hat die Mech ja Glück Vielleicht Hat sie Glück Vielleicht aber auch nicht Oder ich lasse sie einfach gehen Wäre auch ne Option Die sagen einfach Wenn sie jetzt rauskommt Hab ich sie gehen lassen Mech, ey Hat die Selfcare dabei Ich brech ab Ey Mech Erst Ernsthaft jetzt Also Real Talk Realer Tor Realer Tor Selfcare Ich hab's ja predicted Leute, ne? Ich hab prediktet Dass Selfcare wiederkommt Wenn das Boon Pro Tem Genervt wird Und hier Die Mech ist der Beweis Die Mech ist einfach der Beweis Gut 4k rausgeholt Mit dem Ritter Erbarmung Unser Killer Die Nia hatte einfach kein Glück Ja Einfach Pech gehabt Schöner Double Pip Auf jeden Fall Asche 2 Wir steigen langsam auf Liebe Leute Und dann würde ich sagen Wir sehen uns im nächsten Video Bis dann Und ciao Ich werde es inspirieren Um euer Abb B Vielen Dank.